Etwas Herzergreifendes passierte, als dieser Mann seine Krücke auf der Rolltreppe verlor. Er war gerade dabei, sein Verletzungsrisiko zu erhöhen, indem er danach griff, als eine Frau ihn stoppte. Sie reichte ihm ihre Taschen, bevor sie ihn bat, auf ihren Rücken zu steigen. Als er das tat, sorgte sie dafür, dass es ihm gut ging, bevor sie mit ihm auf dem Rücken hinunterfuhr. Am unteren Ende der Rolltreppe fand sie die Krücke, übergab sie ihm und nahm ihre Taschen zurück. Allerdings dachte er, es sei eine großartige Gelegenheit, sie zu fragen, ob sie seine Freundin sein möchte, aber sie war bereits verheiratet. Wenn du denkst, dass wir mehr Menschen wie sie brauchen, abonniere!